Hallo Leute, hier ist Ultima's Wolfgamer. Ich möchte euch einen Mod vorstellen. Dieser Mod heißt Birds Mod und wie es auch heiß ist, ist doch so. Das beschwört sozusagen Vögel her. Ich habe jetzt mal in der Hand ein Flamingo, ein Ei. Wenn ich mal recht klebe und ich bekomme ein Flamingo. Wir können nicht auf ihn reiten. Ist leider zu oft, aber trotzdem geil. Dann ein Ostris, also ein, wie nennt man die auf Deutsch? Warte, ich komme gerade nicht mehr drauf, ist egal. Dann ein Kolibri, die sind süß, die können auch wegfliegen, aber ist geil. Dann gibt es noch den Parrot, also die können leider nicht fliegen, wäre aber richtig schön. Das ist dieser Papagei. Dann gibt es eine Möwe, die können auch fliegen. Tschüssi Möwe, oder Bär, oder kommt bald wieder. Dann ein Schwan. Die sind richtig schön, die wurden auch richtig schön gemacht. Also, der Schwan ist einer meiner niedlich tierischen Mannschaft, einer Pinguin. Der ist auch niedlich. Dann der Barrow, das ist dieser Sperling, glaube ich. Aber ich weiß es nicht mehr. Ähm, die sind auch geil. Dann der Tukar. Dieser Vogel mit dem langen Schnabel. Ja. Ähm, und dann kommen noch die anderen zwei. Zum Beispiel Picock. Und dann gibt es noch Duck und so, alles weiter und so fort. Dieser Mod ist so episch, also ich habe gar keine Wörter mehr dafür. So episch dieser Mod. Und wie ihr seht, also ihr habt gesehen, dass ich auch noch andere Mods habe. Zum Beispiel den Lion King Mod. Da ist der Löwe. Und ja, das ist so alles vom Lion King Mod. Ich mache auch bald ein Tutorial, ähm, oder ein Mod Review darüber. Und ja, vielleicht installiert ihr euch das. Und Link ist in der Beschreibung. Aber jetzt erst mal kommt den Salatidion. Und bis gleich. So, hier sind wir wieder auf meinem Desktop. Ähm, ihr installiert euch, äh ne, downloadet euch erstmal den Birds Mod. Äh, Link ist in der Beschreibung. Das habe ich von Planet Minecraft, glaube ich. Aber ich werde den Link bestimmt in der Beschreibung machen. Und wenn es nicht ist, das habe ich dann vergessen. Oder ich habe es halt nicht, dann schreibe ich es halt nachher. Okay. So, ähm, wenn ihr es gedownloadet habt. Ähm, öffnet ihr, ähm, euer Roaming Ordner mit Windows plus R. Enter. Geht auf Punkt Minecraft. Und dann gehen wir auf Mods. Ups, das ist Magic. Mods. So, ähm, wenn ihr keinen Mods Ordner habt. Dann, ähm, müsst ihr Forge downloaden. Weil dieser Mod braucht Forge. Wenn ihr keinen Forge habt, dann ist der Link in der Beschreibung. Und wenn alle die Forge haben, können ein bisschen weiter spulen. Weil ich erkläre erstmal noch was Forge ist. Also, Forge ist sozusagen ein Modloader. Aber, bloß besser als der normale Modloader. Mit diesem Mod, Forge ist eigentlich auch ein Mod. Ähm, kann man einfach nur Zip Dateien in den Mods Ordner reinschieben. Und die Mods werden dann sozusagen ähm, aktiviert. So, ähm, jetzt sind wir bei dem Mods Ordner. Und dann ziehen wir den Birds Mod rein. So, fertig ist die Installation. Leichter als normal. Natürlich immer mit Forge, wie immer. Und dann zunächst mal bei Ultimate Wolf Gamer. Aber dabei väldigt, was wir sind, als wir bei der Welt, das ist das, was wir municipieren. Wir haben uns schon mal dieigte.